Was passiert, wenn er zu wenig schläft? Seine neuronalen Verbindungen brennen los wie bei einem Kurzschluss. Es wird kein Dopamin mehr ausgeschüttet, keine Glucose mehr verstoffwechselt. Das Einzige, das noch funktioniert, ist sein Überlebensinstinkt. Und wenn es was gibt, was man von jemandem, der fünf Tage nicht geschlafen hat, nicht verlangen kann, dann ist das geduldet. Fünf Tage nicht geschlafen. Fünf Tage nicht gehören. Fünf Tage nicht gehören. Fünf Tage nicht gehören. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020